Hallo Leute! Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Together Minecraft. Das hier ist Minecraft, wie man... Halt die Klappe! Das hier ist Minecraft, wie man gut erkennen kann... Nein, eigentlich nicht. Das hier ist Assassin's Website. Er wollte unbedingt, dass ich Werbung dafür mache. Sie ist noch nicht ausgereift. Er hat erst ein paar Sekunden daran gearbeitet. Hier steht hier zum Beispiel die kleine Abstimmung für das Together, ob wir den Sarumansturm bauen sollen oder nicht. Die Umfrage ist doch eigentlich total sinnlos, weil wir ihn ja so oder so bauen. Hier keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Und keine Ahnung, was das ist. Hallo, ich bin gerade am Scheiße aktualisieren, nicht wahr? Ich mache hier gerade ziemlich geile Sachen. Hier kommen wir aus der Hauptseite. Die sieht zwar nicht allzu anders aus. Ich hasse dich! Wieso? Weil du scheiße bist. Hier sehen wir eigentlich fast das Gleiche. Hier ein Kind heckt. Halt das Maul, bitte! Nein! Und hier haben wir geschaut, ob es geht mit dem Kommentieren. Hat alles geklappt? Reib ich's los. Halleluja! Das war's eigentlich. Jetzt kommen wir zum Thema Minecraft. Ich cut jetzt kurz und wir sehen uns, wenn wir in Minecraft sind. Also, bis bald! Tschüss! Ja! Hallo Leute, wie sind wir da? Es hat zwar einiges gedauert, bis wir... Hier waren... so... ... etwa ne Stunde, kann man sagen, ja? Richtig! Okay, ich hab hier mal einen Lavagraben gezogen. Hä? Hier hat jemand TNT gesprengt. Kann das sein? Nein, kann nicht sein. TNT... Wir haben hier schon mal was vorbereitet. Ich muss mal mal sehen, ob TNT verboten ist. Warte mal, ich schaff's mal schnell nach. Wenn nur die andere Scheiße... Stirb! Nein, TNT ist nicht verboten. Oder noch nicht. Noch nicht. Nee, ich... jetzt gleich, ähm... Wir haben hier... ich hab hier schon mal eine kleine Plattform vorbereitet. Hier bauen wir den Turm. Und hier sind komischerweise Sachen unsichtbar. Nämlich... Genau! Diese Dinger hier. Ich hab... ich hab den Namen vergessen. Zäune, genau! Die sind aus irgendwelchen Gründen unsichtbar. Und... oh, ich hab Wasser abgebaut. Kann man das rückgängig machen? NET! Doch, das kann man. Es sieht nämlich scheiß aus. Geht das? Ja, du musst einfach wieder Wasser reinsetzen. Ich lach nimm's. Ich will kein Wasser reinsetzen. Dazu bin ich nicht... in der Stimmung. Ich glaub, ich weiß... Schup, weißt! Okay, nimm's! Ich will kein Wasser reinsetzen. Ich hab jetzt kurz ein neues Plugin. Wir nehmen jetzt auf, du Holz. Ja, ich weiß. Ich hab jetzt trotzdem ein neues Plugin. Das brauch ich jetzt. Wofür? I watch. I watch. I watch. H-Mods... Don't know. Du kannst schon mal anfangen. Ich schau mir jetzt kurz nach. Ich will aber nie allein anfangen. Irgendwissle Scheiße. H-Mods-Forum. Okay, dann H-Mods-Forum. H-Mods-Forum. So, jetzt ist es wieder schön. Okay! Ne, eben nicht. Okay. Ich glaube, ich baue jetzt wieder das Fundament aus Dreck. Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Hier ist aber die Mitte. Dann tut mir leid, ich muss was entscheiden. Zuerst mal das. Das habe ich... Pupupapupupupupupupupupupupupupupupupupupupuh Iiiiif Man Das ist das ziemlich geilste Plugin, damit kann ich alles verbieten was ich will und damit wird alles eingeloggt Das ist nicht wahr, oder? Doch, das Plugin ist geil, ich hoffe mal...Naja, das ist nicht kompatibel mit Hamouts. Das hätte ich Schlangen gebaut. Das ist nicht wahr, oder? Was ich sag, ich erzähle keine Unwahrheiten, mein Freund. Du erzählst nur Scheiße. Ich weiß. 4 Ey! Ich kicke dich, ich bin am Arbeiten im Gegensatz zu anderen. Ups, zu mir leid! Du Scheiße! So, jetzt haben wir Ruhe. Ey, du bist so scheiße, ich bin hier am Arbeiten im Gegensatz zu anderen Leuten. Okay. Ich kicke dich, ich kann das. Ich nehm die Rechte weg, ich kann das. Die Konsole ist kampfbereit, Meister. 5 1 2 Ich geb dir meine Diamant-Ax. Ich will keine Diamant-Ax, das ist nicht fair. Erzähl mir doch mal, du Sau. Und frag dich nicht, was ich hier tue. Was tust du hier? 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 Fick dich, du Sau. So. Zero, was tust du hier? Was tust du hier? Was tust du hier? Hehehe. Oh, ich mach dich schon wieder ungesiebbar. Ich mach dich, oder? Was tust du hier? Was tust du hier? Ich setz jetzt alles unter Lava ab. Mann, wann checkst du hier, dass wir hier keine Scheiße machen jetzt? Störs doch einfach. G-O-D-A-S. Nein! Verdammt, ich hab das falsche Item singe-cheatet. Ich wollte eigentlich Dreck und hab mir hier ne Blume hingecheatet. Wie ist das denn passiert? Nicht schauen! Nicht schauen! Nicht schauen! Nein, das tust du nicht. Und wie ich das tue? Wo bist du überhaupt? Lala, lala, lala. Ich mach dich in einem Turm. Echt? Ja. Das mir gar nicht aufgefallen. Okay, warte, ich lösche sie wieder. So, worst points. Ja, jetzt baust du doch aus der Entfernung ab, du Kack. Du bist scheiße, weißt du das? Jetzt hab ich TNT, um dich zu prügeln. Hm, ich geb dir gleich TNT da. Fires, was, was World Scare Guard macht irgendwas? Lava Fire ist blockt. Was Lava Fire ist blockt? Nichts da blockt, das funktioniert doch. Item was destroyed, ich kann das TNT nicht fortwerfen. Was soll das? Was machst du genau, was versuchst du? Ich werde es fortwerfen. Okay, es passt gut auf, was ich hier tue. Was tust du hier? Hero, was machst du, was machst du? Ich hau dir gleich eins in die Fresse. Clear Inventory, falsch geschrieben natürlich. Ja, das kennen wir von dir. Kopfdommi. Ey, nicht fluchen. Dieser Firma ist fluchen verboten. Richtig, kürz? TNT das, danke. Läähähähähäh. Schieden ist auch verboten. Och, Mann, du bist da unweil. Das hätte ich jetzt vielleicht NICHT tun sollen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Anfangspunkt ist, verdammt. Ich lege mir man jetzt mal eine Schutzrüstung an. Schau mal, ich hab'n Schutzschild. Ob ich dich nicht aufbringen kann? Was ist mit mir? So, und jetzt sieht man auch ordentlich das Schweizer Kreuz. Das Schweizer Kreuz ist geil, aber meins ist noch viel geiler. Was machst du hier genau? Das ist die neue Form des Turms. Die richtige Form. Es verschwindet von meinem Turm. Dein Turm? Ich geb dir gleich deinen Turm. Okay, gib mir. Gib her. So, so geht das. Ich bin einfach der Beste. Hilf schon! Hilf schon! Mein Gott, wie der auf die Nerven geht heute. Leute, ich glaube es nicht. Tut mir leid, Leute, mir ist langweilig. Das merkt man irgendwie. Das ist aber nicht quadratisch. Hey, das ist alles, ähm... Wie sagt man dem Schleiß, ähm... Äh, verfickt. Ich weiß es nicht mehr. Kontraproduktiv, genau. Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Mein Gott, wie der mal auf die Nerven gehen muss heute. Kann ich mich mal anständige Leute arbeiten lassen? Stimmt das so? Nie. Leute, guckt einfach nie seine Let's Plays, äh, muss allen den Spaß verdämmen. Neuuuun! Neuuuun! Jetzt muss elf lang sein. Elf? Da drüben waren aber zehn. Dann hast du den Anfangspunkt nicht mitgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh mein Gott, du musst den mit dem Punkt hier in der Mitte auch mitzählen. Den hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Stimmt doch, genau gleich groß. Du musst den Punkt in der Mitte auch mitzählen. Wer weiß, welche Mitte denn? Diesen hier. Ja gut, dann mach ich einfach eins, dann mach ich einfach eins noch weiter oben, Mann. Nein, das sind elf. Es stimmt schon, du. Ja, es stimmt. Ja, du hast mir gesagt, es stimmt nicht. Das, was du zählst, stimmt nicht. Ah, was ich zähle, stimmt immer. Morgen haben wir Mathe-Prüfung und ich bin so scheiße, haben wir nichts gelernt. Ich hab heute gelernt, du. Pfeife. Soll ich das hier auch machen? Ah, ja. Das ist großartig. Wieso mach ich das eigentlich nicht mit dem Eisstück? Das ist eine gute Frage. Weil du dämlich bist. Oh, das ist ein Schweizer Kreuz. Wer, ich? Das, was wir gerade gebaut haben. Das färben wir jetzt rot. Richtig, ich hol mir schon mal Wolle. Nein, das tust du nicht, das war ein Scherz. Ich mach deine Rüstung kaputt. Hey, das machst du ja wirklich. Hör auf, du mit. Ja, ich hab gut, hör auf. Nein, das... Oh, du Spielverderber. Slashkick, greatest hero. Nicht ganze Aufnahme. Hey, gib mir mal den Dreck. Hier, nimm mal den Dreck. Hier, ich mag den Dreck. Hier, hier, Schutzgeld. Hier, hier, Schutzgeld. Noch von hinten. Noch von hinten auch noch. Schwul. Wir sind nicht die Türen gehen. Ja, entgegen ist das zu deinem... Oder? Und selbst und so together ist nichts schwul angehaucht. Richtig. Okay, es reicht. Ich hab genug. Hör auf, ich hab ja genug. Okay, jetzt brauch ich keinen Dreck mehr. Nett, oder? Guck mal, was ich tue. Scheiße, ich weiß. Wieso kann ich das Scheiß-Dynamik nicht vortreffen? Sag es mir. Weil du Scheiße bist. Ey, das stirbt. Okay, was soll ich tun? Dich in den Arsch wecken. Geht nicht. Hast du's probiert? Ey. Ja, ich tue es hier gerade. Das geht nicht. Aber ich kann bei dir. Es ist einfach mal ruhig hin. Oh, verdammt, ein Rastfunktion. Nein, das ist gar nicht real. Nein, das reicht. Nein, das reicht. Okay, gif. First Point has it. Ey, das glaubst du ja selber nicht. 49, 2. Echt? Wie viel? Was ist die Nummer von 1?